Hat sie uns ausgenommen? Wie man es nimmt. Wir haben zu dritt heute Nacht über 300 Euro im grünen Kakadu gelassen. Unmöglich. So viel kann selbst ich nicht trinken. Richtig, ich auch nicht. Aber die Champagnerrunden, die deine Conny uns abgeluchst hat, gingen ganz schön an den Geldbeutel. Dafür hatten wir aber auch einen Riesen-Spaß. Und so ein paar Hunderter tun dir und Eberhard doch auch nicht weh. Schließlich kann sich Eberhard ja auch einen Hausdiener leisten. Du meinst August. Den hat Eberhard doch mit diesem Haus von seinem Vater übernommen. August ist sozusagen ein Herbststück. Eberhard kann so einen fixen Burschen ja auch gut brauchen. Wenn er sich in Kürze selbst... ...